So, Pinkelpause zu Ende. Muss ja auch mal sein. Okay, da waren wir aber auch schon, ne? Ach, jetzt habe ich mich von dem erwischen lassen und ich habe auch keine Heilung mehr, ne? Ich muss jetzt echt aufpassen. Ich habe nur noch die Lebensregeneration. Hi! Sorry. Schwache Bänder. Oh, wer hat die schwache Bänder? Na gut. Keine Reagenz. Hier, da ist noch was zum Tauchen. So, und da waren wir doch schon, oder? Wie kommt mir das denn so vor? Willen wir da eben noch mal tauchen? Und dann werden wir es sehen. Das nehmen wir alles schön mit. Dass die Bäume hier so im Wasser überleben können. Ohne wegzugammeln. Und wir müssen dann mal unsere Flüche endlich beseitigen. Ja, hier ist das Lager jetzt wieder, ne? Oder? Hier waren wir doch schon. Ja, hier waren wir schon. Und da hatten wir doch schon alles eingesammelt. Na gut. Da liegt aber noch was. Das hat man vergessen mitzunehmen. Und jetzt ist hier ein Wolf. Warum ist ein Mädchen ein Wolf? Warum war denn jetzt hier ein Wolf? Das verstehe ich jetzt nicht. Ein Wolf mit etnen Lederhandschuhen. So. Einfacher Heiltrank. Wow, jetzt haben wir wieder einen einzigen Heiltrank. Sehr schön. Wir sind jetzt im Bar. So, wo sind denn jetzt die anderen Priester? Schweinepriester? War da oben jetzt noch einer? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Waren wir überhaupt schon hier? Ja, waren wir. Da liegt nämlich einer. Klar waren wir da schon. Da oben ist noch eine Zutat. Ne. Toll. Da auch noch. So. Das sind schon wieder Pestträger, ne? Ja, das lohnt sich nicht, bei dem den X-Modus zu machen, verdammt nochmal. Bewegt dich mal eben, bitte. Danke. So, bei dem brauchen wir aber auch nichts vergiften. So. Geht doch. Ja, nehmen wir erstmal wieder alles mit. Jetzt haben wir, ich sag das so, wir haben gar keinen Platz mehr. Ja gut, für Gold immer. Sonst schmeißen wir gleich wieder was weg. Das können wir ja schon besonders gut. So, da ist aber bestimmt irgendeiner, ne? Weil ich meine, hier hätten wir ja schon überall welche erledigt. Hallo? Da ist einer. Ist das auch ein Priester? Ja! Oh, das ist cool, wenn man die auflädt. Das ist echt genial. Aber einen Boll vermischen wir schon mal. Nicht schlecht, oder? Drei. Ne, das ist kein Priester. Es ist nur ein brutaler Atten. Oh, man kann den aber auch nicht mehr ausweichen, wenn sie erstmal angefangen haben, einen zu erwischen. Denn... Oh, selbst schuld. Hast du irgendwas für mich? Er schüttelt mit dem Kopf. Okay, also hat er nichts für uns. So, wo sind denn jetzt die Priester? Wo sind denn jetzt die Priester? Oh, da oben ist noch ein Stein. Dann ist da bestimmt auch ein Priester. Ja. Da rennt zumindest einer lang, ob es ein Priester ist. Oh, das ist... Oh, hi! Okay, komm. Hi! Nee, das lohnt sich noch nicht. Ich will ja erstmal den anderen noch Schaden zufügen, bevor ich jetzt hier... So, der ist hinüber. Aber der ist noch da. Raus aus der Ecke, raus aus der Ecke, raus aus der Ecke, raus aus der Ecke. Ja. Passt. 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 Dicht dran. So. Sehr schön, danke. Essenz des Schicksals. Sehr schön. Gucken wir mal, was wir daraus machen können. Ich sag nicht, dass das Priester sind. Keine Ahnung. Käser Stein mitnehmen. Lord Ferrara, Geliebter des Sommers. Doch mehr noch geliebter Lunas. Sein Opfer so gut und doch so trefflich, sich selbst zu opfern, damit sie überlebt. Keine Truhe hier. Der Zyklus ist beendet und so trauern die Meiden um den besten aller Liebhaber, den größten aller Helden. Okay, wenn du das sagst. So, pass auf. Doch, da vor uns ist einer. Und hinter uns ist einer. Also wenn wir dann gleich weiterlaufen, ist tatsächlich da noch einer und da auch. Nehmen wir erst mal den hier direkt vor uns. Die hatten wir ja eigentlich auch schon erledigt. Ah, es kommen wieder alle. War ja klar. Ah, lass mich doch einmal da raus jetzt hier. Danke. 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 Oh, wie kann der mich denn noch erwischen? Ich bin ausgeglichen. Oh, jetzt reicht's aber. Ey, jetzt ist aber gut. Ich hab die Nase voll hier von euch. Oh, das ist auch... Wenn die einmal angefangen haben zu schlagen, kann man den leider nicht mehr ablocken. Aua, das hat weh, ne? Na, und... Nochmal. Und den haben wir. So, jetzt komm du her. Ja, komm her. Komm her, wenn du was willst. Geht doch. Hat ja Mesen Schingold dabei. Der Wolf auch. Ein welkendes Langschwicht. Toll. Und wir sind bestimmt schon wieder voll. Und das hat sich gereimt. Wir haben aber auch viel Schund aufgesammelt. Bist du der Schamane? Merok, ja. Du bist der Schamane. Shit. Ah, du sollst blocken. Oh, du sollst blocken, verdammt nochmal. Mensch des Kinders. Wenn wir gleich gleich wieder tot sind, ne? Blocken! Oh. Jetzt kriegen wir nur noch ein Gold von dem. Davon nehmen wir jetzt mal ein bisschen mehr hier. So. Das kann doch nicht angehen, ey. So, den haben wir schon mal. Und du kommst jetzt her. Das hat wenigstens ein bisschen was gebracht. Komm her. Na komm. Hahaha. Das hat hoffentlich weh. Hast du den Finger gebrochen? Ja, heul nur. Heul nur. Heul nur. Ja. Ja, toll. Und ich mach jetzt den letzten Schlag. Gut. Merok ist auch erledigt. Geht doch. So, was hab ich gesagt? Hinter uns war auch einer, ne? Und die Truhe zum Bannen, die lasse ich bloß jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt hier nach oben wieder zurück. Und dann können wir da runterspringen, oder? Boah, gebt mir bloß weg mit euren Truhen zum Bannen. So, dann ist einer von denen auch ein. Oh Gott. Mehr geht jetzt wohl nicht, oder? Ah. Nee, 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 nee. Nicht alle. Ah. Da ist Suhl schon. Moment. Oh, scheiße, ey. Da ist noch ein Gold. Na, super. Wie soll ich denn jetzt gegen die ankommen, ja? Komm, der darf mich doch jetzt nicht mehr erwischen, oder? Ob ich die Wölfe erst mal alleine für sich bekomme? Ja, doch. Weil das ist natürlich jetzt ein bisschen heftig. Wieso können wir die jetzt nicht ernten? Ach so, jetzt. Weil wir doch im Wasser drin waren. Okay, passt auf. Ich schweige den Priester. Können wir die Wölfe für sich mal ein bisschen ranlocken hier? Oh, da oben ist auch noch einer drauf, ne? Hallo, Etty. Uh. Warte, 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 warte. Was mache ich da eigentlich? Ich bin ja auch doof, ne? Wir können ja mal was anderes ausprobieren. Wie wäre es denn mit sekundär... Ein bisschen Fernschaden. Hallo? Jetzt. Natürlich kommen wieder alle angeschissen. Ey, du. Dafür kriegst du einen Pfeil im Rücken. Jetzt haut der hier ab. Wieso haut der denn jetzt ab? Ich meine, gut, er nimmt Schaden, aber trotzdem. Haha. Ich habe einen von euren Wölfen. Lalalalalala. So, komm. Das Spielchen können wir jetzt weitermachen. Und? Sul kriegt auch noch einfache Nase. Komm, jetzt wird es uns unfair. Wieso rennen die denn alle wieder zurück? Wie sagen sie, oh nein, das ist nicht mein Gebiet. Ich hau ab. Lalalala. Ich hau ab. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ha. Oh, der hat widerstanden. Verdammt. Aber er brennt. Immerhin. Okay, das hat er keinen Wert. Dann machen wir es eben heute. Was soll's. Aber zwei von den Dingern sind echt heftig, muss ich sagen. Komm, ich hab geblockt. Oh, blutungsschaden, 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 blutungsschaden. Ah, verdammt. Na so, dann machen wir es eben ein bisschen so, verdammt nochmal. Geht auch. Kleiner Schaden ist auch nicht schlecht. Mann, der brennt aber auch wirklich ganz schön doll. Oh, gerade noch rechtzeitig geblockt. Ach, nö. Nein, nicht in die Richtung. Nicht in die Richtung. Was machst du? Du Dummi. Scheiße. Ach, das kann man nicht angehen. Wir können jetzt natürlich auch keine Tränke hier irgendwo kriegen. Das ist echt zum Kotzen. Geht trotzdem. Oh, jetzt haben wir das verbraucht. Moment. So, pass auf. Jetzt müssen wir eben mit mehrfach. Weil ich habe keinen Heiltrank mehr. Nein. Nimm mal bitte den. Nimm mal bitte den. Danke. Nein. Er hat widerstanden, verdammt nochmal. Ha, den Wolf haben wir schon mal. Den Wolf haben wir schon mal. Ja, ich weiß, das ist jetzt Pingelkram, aber wir haben keinen Heiltrank mehr. Ich sehe das jetzt nicht ein, ja. Ach. Komm, wir müssen ihn doch jetzt eigentlich haben. Mal ehrlich. Oh, no. Oh, verdammt. Jetzt sind wir echt so gut wie tot. Scheiße. Der nimmt jetzt auch so wenig Schaden. Ich will jetzt aber auch nicht zurück, weil ich Angst habe, dass dann der Schaden sich dann wieder regeneriert hier bei denen. Das ist natürlich jetzt hier auf Messer schneide, was ich jetzt hier mache. Raus da, raus da, ganz schnell weg da. Warten. Warten, warten, warten. Ah, dich habe ich. Oh, wieso schießt du denn jetzt auf den anderen? Oh, wow, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Und den noch mal eben. Na also, Mann, das war jetzt aber eine müßselige Arbeit. Sehr schön. Nämlich alles. Da ist eine Truhe. Inventar ist voll. Na, klasse. Pass auf, was haben wir denn da? Blunder. 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 So, haben wir da auch irgendwas, was wir mal eben hierherkommen? Blunder. Blunder. Und nochmal Blunder. Und nochmal Blunder. 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 Stören. Ja. Blunder. Und Zerstören. Ja. So. Und jetzt nehmen wir die anderen Sachen hier. Ja, zack. Na also, was habe ich denn jetzt getrunken? Oh, habe ich einen Mana-Trank getrunken, ne? Ich bin echt schlau. So, wo sind jetzt die anderen, verdammt nochmal? Ich renne schon in die richtige Richtung. Einer ist noch da und den machen wir jetzt eben noch mit und dann ist erstmal Schluss für heute.